Hallo, ich bin da jetzt gut auf der Alm angekommen. Vielleicht könnt ihr das erkennen, es stürmt recht hier oben und es ist auch ein bisschen ein Schnee gefallen. Ich schätze so gute 6-10 cm. Hier fallen schon die ersten Brocken runter von den Bäumen und da vorne der große lange umgeknickte Baum. Au, jetzt wird es wirklich kalt, unangenehm. Vielleicht kennt ihr das hier an und es ist richtig pfuh. Drinnen in der Hütte ist es schön warm und so schaut es jetzt da oben aus. Alles Liebe von der Alm. Ciao, ciao.